Den perfekten Begleiter für jede Gelegenheit holen Sie sich mit dieser eleganten Herrenuhr ans Handgelenk. Damit machen Sie Eindruck, überall, zu jeder Zeit. Dank rot-goldener Fassung, perlweißem Ziffernblatt und rot-braunem Armband in Kroko-Lederoptik wirkt diese Uhr an jedem Handgelenk edel und leger zugleich. Unter der durchsichtigen Rückseite können Sie sich das Automatik-Uhrwerk Ihres neuen Chronographen ansehen. Batterien sind für den Betrieb nicht nötig. Das helle, klar strukturierte Ziffernblatt lässt sich leicht ablesen und informiert Sie auf einen Blick über das aktuelle Datum. Die nachleuchtenden Uhrzeiger sorgen dafür, dass Sie auch nachts die Zeit immer bestens ablesen können. Regelmäßiges Tragen hält den Sekundenzeiger Ihres neuen Chronometers in Gang. Aber Sie werden Ihren neuen Zeitmesser sowieso nicht mehr abnehmen wollen. Ich behalte meinen auf jeden Fall an. Untertitelung des ZDF für funk, 2017